Gut, dass heute an der Wall Street feiertagsbedingt nicht gehandelt wird und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chartcheck, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Denn diese Woche geht mit einem richtigen Kracher los. Während am Freitag nämlich noch alle Blicke auf die Kursexplosion bei den Aktienindizes gerichtet waren, explodierte auch bei Tesla etwas. Oder sagen wir lieber implodierte, denn der Kurs fiel förmlich in sich zusammen. Die Aktie rauschte ungebremst an die 300er-Marke, macht ein Minus von knapp 13 Prozent und den größten Tagesverlust seit dem 28. September. Konkreter Grund waren die angekündigten Sparmaßnahmen. Elon Musk will nämlich Personalkosten senken, um noch schneller, noch profitabler zu werden. Das Problem dabei ist ganz klar der Sturz unter die 200-Tage-Linie. Denn damit haben wir es nämlich mal wieder mit einem Trendwechsel und neuen Verkaufssignalen zu tun, die jetzt eine Ausweitung des Sell-Offs bis ans Dezember-Tief bei 294,09 bzw. ans Juli-Tief bei 286,13 US-Dollar nach sich ziehen könnte. Die nächsten Unterstützungen wären dann etwas grober umrissen, zwischen 280 und 270 US-Dollar zu finden. Auf der Oberseite, wir reden hier schließlich von Tesla, der gehört ein gewisses Bewegungspotenzial quasi zur Serienausstattung, wäre der erste Schritt ganz klar der Sprung zurück über den GD200 bei 315 US-Dollar. Im Anschluss müsste allerdings die Kurslücke vom Freitag geschlossen werden, wodurch sich die Chart-Situation dann wieder etwas entspannen würde und eventuell sogar den nächsten Schub Richtung 350, 380 US-Dollar ermöglichen könnte. Typisch Tesla, wo irgendwie immer alles möglich scheint. Wir bleiben jedenfalls dran und Sie hoffentlich auch. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sehr freuen. Zum Dank Ihnen noch einen schönen Tag und Servus bis morgen.